Hallo, guten Tag meine Freunde. Wir befinden uns heute in Österreich. Sehr schön. In Tirol, sehr bekannt auch. Und nicht so weit von Italien. Es ist aber nicht so einfach in Italien zu gehen, weil die Wege ein bisschen blockiert sind. Aber jetzt ist es auch hier sehr schön und ich hoffe, das sehr zu genießen hier. Ja, auch vielleicht möchte ich gern noch Innsbruck besuchen. Das ist nicht so weit von hier, weil wir jetzt in Hochutz sind. Hochutz ist ein Spielgebiet. Und ja, wir sind hier vor einer Woche. Danach gehe ich wieder in die Schule und gehen wir weiter mit der Arbeit. Jetzt genießen wir noch und ich hoffe, dass alles gut geht. Und auf Wiedersehen.